Freitag, 29. November 2019. Mal wieder eine Fridays for Future Demo auf dem Marktplatz in Stendai. Mal schauen, ob Extinction Rebellion noch auftucht. Die wollten ja den Stendaler Wasserturm besetzen und den Stendal an das Wasser abdrehen. In drei Minuten geht es los. Tja, wie viele Leute sind denn da? Letztes Mal Ende September waren es, glaube ich, 300 insgesamt. Und wie viele sind es jetzt? Oh, zehnmal so viel. Ne, zehnmal so wenig. Naja, die Polizei ist auch da. So, jetzt geht es wohl los. Ich habe gerade Herrn Puhlmann gesehen von der SPD. Der wird wohl übermorgen zum neuen Landrat gewählt, wenn alles glatt geht. Naja, viele Leute sind nicht da. Novi's Imbus kommt. Die sind immer gut bei den Vegetariern. Wie viele Leute sind da? 50. Na gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Die ganze Veranstaltung über zwei Stunden schaue ich mir nicht an. Ich bin nicht so weit. Vielen Dank.